Hallihallo, mein Name ist Mennika Brüste und ich wünsche euch viel Spaß bei The Dome 61. Und mit dabei sind natürlich wieder jede Menge Stars und Sternchen, die sich vor der Aufzeichnung der Veranstaltung auf dem roten Teppich präsentieren. Nervosität ist dabei für den einen oder anderen durchaus kein Fremdwort. Ja, es ist noch alles sehr spannend. Also ich habe mich noch wirklich gar nicht so in dieses ganze Leben eingelebt. Also man hat schon so ein paar Sachen, die immer wieder vorkommen. Aber hier beim Dome, man sieht viele Leute. Und ja, ich bin echt aufgeregt und ich bin mal gespannt, was heute noch so geht. Ja, es ist auf jeden Fall was Neues. Es ist aufregend, auf jeden Fall. Ich freue mich auch später auf den Auftritt. Ebenfalls im Line-Up der Graf mit seiner Band Unheilig. Die Veröffentlichung seines neuen Albums Lichter der Stadt nahm der Sänger und Songwriter zum Anlass, auf sein bisheriges musikalisches Schaffen zurückzublicken. Bei mir ist das so, dass ich Musik mache, damit ich selber mit dem Leben klarkomme. Ich schreibe Lieder, um mir alles von der Seele zu schreiben, was mich berührt, woran ich denke, woran ich glaube, all das, was ich fühle. Da gibt es keinen großen Masterplan. Ich wollte als Kind schon Musiker werden, weil ich mir mit Musik alles von der Seele schreiben kann. The Dome 61 wird am Sonntag, dem 18. März um 17 Uhr bei RTL 2 ausgestrahlt.